Keftiu bezeichnete in altägyptischen Quellen die Region Kreta und unter anderem seine minoisch-mykänischen Bewohner sowie Handelsschiffe, die aufgrund ihrer Bauart eine Reichweite bis Kreta hatten. Im 13. Jahrhundert vor Christus übertrugen die Ägypter die geografische Bezeichnung nur noch auf die Louis-Wante. Eine ähnliche Entwicklung der Verortung ist in den Schriften des Alten Testaments auffällig. Dort war Kafta ursprünglich die griechische Heimat der Philister. In der Septuaginta ist Kaftur dagegen in der Region Kapadokien angesiedelt. Geografische Erwähnungen In der Ägäischen Ortsnamenliste von Amenophis III werden die Ortschaften genannt, die zu Keftiu gehören. Kenesch, Bischti, Emnesch, Ketini und Leket. In Texten aus Ugarit wird das altägyptische Memphis als Erblend von Kreta erwähnt, verbunden mit einer geografischen Lagebeschreibung von Kreta. Altägyptische Darstellungen der Keftiu Die aus dem Neuen Reich erhaltenen Reliefs der thebanischen Beamtengräber stammen aus den Regierungszeiten von Hatsepsut bis Amenophis II und zeigen die Keftiu als Gabenbringer. Die frühsten Darstellungen sind im Grab des Senenmuth zu sehen. Dort tragen die Bartlosenvertreter aus Keftiu in edler Erscheinung langes schwarzes Haar. Die bräunlich-rötliche Hautfarbe entspricht der eines Ägypters. Auch im Grab des Ammoniusa sind die Keftiu ihre Tracht und ihre Gaben annähernd kulturgetreu dargestellt. Im Grab des Riedschmeier waren die kretischen Gesandten zunächst mit minoisch-kritischem Schutz, langen offenen Haaren und Stirnlocken abgebildet. Peter Heider datiert die mit abgebildeten Vasen auf die Zeit zwischen 1462 und 1455 fünftigstel vor Christus, die danach bis spätestens 1436 vor Christus. Vorgenommenen Übermalungen zeigen die Gesandten in typisch-mykänisch-festländischem Stil mit knielangen Schürzen, die mit Fransen verziert sind. Die nachträglichen Ausbesserungen der Wanddarstellungen belegen, dass es den altägyptischen Künstlern auf eine detailgetreue Abbildung ankam. Auf den Reliefs im Grab des Ken Ammon, das in die Zeit von Amenophis II datiert, tragen die Gesandten von Keftiu und Menjus langes, offenes Haar und ein Stirnband der Keftiu-Vertreter zusätzlich ein Bart. Ähnliche Abbildungen eines vermutlich kretischen Angehörigen auch im Grab des Pasa, dort wohl zusätzlich mit einer Tätowierung. Im Grab des Amenemheb unter Amenophis II, ein hoher Beamter, ergänzten Künstler zwecks Darstellung von Gesandten aus Keftiu sowie Menjus nachträglich Malereien der syrischen Vertreter, mit Stirn und langen Schulterlocken. Auch die Abbildungen der Keftiu im Grab des Menchepare-Sinnebaus der späten Regierungszeit Thutmuses III wurden typisiert, das heißt entsprechend verändert. Dieses Vorgehen verweist auf die vorherige Herstellung von Abbildungsvorlagen in fremdländischen Stil, die die ägyptischen Künstler durch die jeweiligen Beischriften nachträglich an die konkret benannten Völkerschaften anpassten. In früheren Diskussionen vermutete Henry Reginald Hollantal aufgrund dieser Abbildungen zunächst, dass Keftiu-Gabenbringer auf Relief sowohl in mykänischer als auch in semitischer Tracht zu sehen sind. Den Rücken hinabreichende schwarze sowie lockige Haare mit Stirnband zeigen einen bartlosen Keftiu-Gesandten im Grab des Annen, Bruder der Thee. Außerdem trägt er einen knielangen Schulz mit geradem Abschluss, einen lang getupften Mantel und Schnabelschuhe. Peter Haider konnte aufgrund von griechischen Trachten vergleichen eine wahrscheinliche Herkunft des Keftiu-Gesandten vom mykänischen Festland aufzeigen. Verbunden mit dem Status eines hörgestellten Mannes, Jean Verkauter vermutete zuvor in jenen Darstellungen einen Hethiter oder Mithani. Mit Beginn der Regierungszeit von Amenophis III ist bereits eine deutliche Abnahme der fremdländischen Völkerdarstellungen festzustellen. In der Folgezeit fehlen gänzlich ikonografische Elemente. Die hauptsächlichen Ursachen hierfür sind in den veränderten Bestattungssorten und Räten zu sehen. Handelsbeziehungen mit Keftiu Die ältesten altägyptischen Belege auf Kreta stammen aus frühdynastischer Zeit. Wahrscheinlich erfolgte die Aufnahme von diplomatischen Handelsbeziehungen spätestens durch Chase Chemui, dessen Name auf einem in Byblos gefundenen Gefäßbruchstück bezeugt ist. Die ersten altägyptischen Exporte fanden wohl nicht über den direkten Seeweg nach Kreta statt, sondern über die syrische Region mit Byblos als Zwischenstopp. In die minoische Vorpalastzeit datieren altägyptische Obsidian-Gefäße, Nilpferdfiguren aus Elfenbein sowie Fayos-Scherben. Geborgen an der nordöstlichen Küste bei Knossos wie auch ein Gefäß mit dem Namen von Thutmosis III, in diesem Zusammenhang schrieb Thutmosis III. In seinem Siegeshymnus altägyptisches Karabäen- und Obsidian-Gefäße auf Keftiu nennen neben Thutmosis III. Auch den Hyksos-König Chajan sowie die späteren Könige Amenophis II, Amenophis III, nebst seiner Frau Theie und Ramses II. Außerdem wird das Sonnenheiligtum des Jusakaf ohne näheren Zusammenhang erwähnt. Keftiu-Importe sind in Ägypten seit der späten Elf-Dynastie nachweisbar. In Griechenland tauchen altägyptische Güter archäologisch erst in der zweiten Zwischenzeit auf, sodass die griechischen Handelsbeziehungen mit Ägypten wahrscheinlich zunächst über Keftiu abgewickelt wurden. In die zweite Zwischenzeit datiert der Papyrus Leideni 344 der ältere Handelskontakte mit Keftiu belegt. Der Papyrus Ebers enthält medizinisches Wissen aus Keftiu, das im alten Ägypten hohes Ansehen genoss. Daneben verwendeten die Ägypter magische Sprüche in minoischer Sprache. In die Anfangsphase des Neuen Reiches fällt die Vorlage einer Schreibtafel, die zum Üben von, Machen von Keftiu-Namen diente. Im 14. Jahrhundert vor Christus bestanden weiterhin Handelskontakte von Ägypten in Richtung Ägäis. Wie die Ladung des vor der türkischen Südküste gesunkenen Schiffs von Uluburen beweist, in den überarbeiteten Ortsnamenslisten von Ramses III. fehlt dann der Name von Keftiu als Handelsort ebenso wie zahlreiche zuvor belegte Regionen. Der Kulturhistoriker Oswald Spengler nimmt einen Namenswandel in Bezug auf den Gebrauch des Wortes Kefti an. Er verweist auf die jönische Umpregung von Kefti zu Japethos, die sich auch im Althebräischen als Japheth findet.